Mehrfamilienhaus in Flammen Feuerwehr entdeckt leblose Person in Flur Wobbswede, Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Osterholz Am Donnerstagmorgen ist es in einem Mehrfamilienhaus in Wobbswede zu einem tödlichen Brand gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Tag 24 Nachfrage erklärte, war das Feuer gegen 7.40 Uhr im Ortsteil Hüttenbusch im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern, Dichterrauch drang aus dem Dach. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person im Hausflur. Trotz Reanimationsversuchen verstarb sie noch vor Ort. Alle weiteren Bewohner konnten sich eigenständig retten und blieben unverletzt, so die Sprecherin. Die Feuerwehr ist derzeit immer noch im Einsatz und versucht die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017